Ich rufe Tagesordnungspunkt 81 auf. Dringlich entschließend einen Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend keine indirekte Anwendung kuwaitischer Gesetze in Deutschland, die im Widerspruch zu unserer offenen Gesellschaft stehen. Meine Damen und Herren, wer kann diesem Antrag, wie er hier steht, zustimmen? Danke schön. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? – Einstimmige Beschlusslage. Damit ist der Antrag angenommen. – Vielen Dank dafür. – Dann stelle ich fest, dass wir festzustellen haben, dass der Tagesordnungspunkt 34 betreffend Vogelkrippe und die Auswirkungen auf die Rassegeflügelzucht abschließend im ULA behandelt werden soll. Alle anderen Punkte werden vereinbarungsgemäß im nächsten Punkt überwiesen. – Vielen Dank für die Mitarbeit. – Schönes Wochenende. – Bis demnächst. – Alles klar. – Schönes Wochenende. – Mach's gut. – Ja? – Ja?